Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Ruhe vor dem Feiertag. Wie verhält sich heute die Börse? Börsenaktivität beruhigt sich vor Feiertagswochenende. Heute begann eine verfrühte Beruhigung der Aktivitäten an den globalen Börsenmärkten, da sich Anleger auf das anstehende Feiertagswochenende vorbereiten. Die üblichen Geschäftsaktivitäten wurden gedämpft, während sich Anleger auf eine kurze Handelswoche einstellen. Laut einem Bericht von Bloomberg News hat der DAX, der Deutsche Light Index, am Morgen mit behaupteten Notierungen begonnen. Ähnliche Muster wurden auf anderen wichtigen Märkten wie dem Wall Street und der Londoner Börse beobachtet. Wir sehen eine allgemeine Abschwächung der Handelsaktivitäten, so Analyst Stefan Risse von der Hamburger Vermögensverwaltung. Viele Anleger ziehen es vor, ihre Positionen vor dem langen Wochenende zu sichern, anstatt neue zu eröffnen. Dies ist eine gängige Praxis, besonders wenn die Wochen danach mit wichtigen makroökonomischen Daten und Ereignissen gefüllt sind. Die Feiertagsruhe an der Börse hat sich in der Vergangenheit als vorübergehend erwiesen. Laut einem Bericht von Handelsblatt könnte dies jedoch auch der perfekte Zeitpunkt für Anleger sein, um ihre Anlagestrategien neu zu bewerten und sich auf potenzielle Marktveränderungen vorzubereiten. Diese Feiertagsruhe ist auch eine Gelegenheit für Anleger, ihre Portfolios zu überprüfen, sagt Analyst Michaela Kuhl von der Deutschen Bank. Es ist wichtig, positioniert zu sein und bereit zu sein, wenn der Markt wieder an Dynamik gewinnt. Mit dem bevorstehenden Feiertag am Wochenende und den anschließenden Kurzarbeitstagen ist es denkbar, dass die Marktaktivitäten bis nächste Woche gedämpft bleiben. Anleger und Börsenbeobachter sind jedoch optimistisch, dass die Aktivität schnell wieder auf ihr übliches Niveau zurückkehren wird. Quellen, Bloomberg News, Handelsblatt, Artikel von Anita Farke, Dienstag, 30. April 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Vielen Dank!